holy shit was zum feck ist hier los alter das hört gar nicht mehr auf das hört gar nicht mehr auf was ist hier los holy macaroni wird zeit für einen kaffee wenn ich das da draußen sehe ja oder was meint ihr lasst mal da oben da wenn ihr meinen zeit für einen kaffee das hört nicht mehr auf das hört einfach nicht mehr auf ja moin ich meine wir hatten letzte woche so 20 bis 25 grad teilweise und jetzt das wen wollt ihr eigentlich verarschen was ist denn mit der metta lust ja prümen etwa der will das hört nicht auf zu schneiden ja dann bleib ich hier drin und trink mir einen kaffee was soll's jo und so bitte hallo und herzlich willkommen ich bin wieder top tv und willkommen zu einem neuen kleinen video ja draußen ist am schneiden was willst du machen und ich trink mir jetzt erstmal einen kaffee und ich werde sagen viel spaß beim heutigen kleinen video auf geht's let's go ja ich mein hab ich gesagt dass heute selbst nach diesem video noch ein bis zwei videos kommen ja gut geiler tag heute leute wie geht's euch so schreibt mir in die kommentare würde mich mal interessieren mir geht's auf jeden fall gut trotzdem trink ich mir erst mal einen kaffee guten morgen wir haben sieben mal irgendwas unterstellt ich scharf vorheizen ja ja ist so schnee ne holy hallo meli hallo kein bock auf schnee erst mal einen kaffee hallo kaffee hallo das gute zeug so muss es sind hallo und schnee scheiß mal auf den ganzen schnee ja erst mal einen kaffee leute aber jetzt mal ohne scheiß das hört einfach nicht auf es hört nicht auf der fängt nur noch stärker an ne schnee 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 und schnee und immer mehr schnee was haben wir gleich einen halben meter oder was wenn es so weiter geht also das dauert natürlich noch wenn es ein paar stunden so weiter geht so einen halben tag ja groß mahlzeit also den höchsten schnee den ich irgendwann mal erlebt habe ihr könnt es ja mal in den kommentaren schreiben was ihr schon so erlebt habt also so am höchsten was ich erlebt habe waren so 35 cm also wenn es so weiter geht können wir da auf jeden Fall drankommen aber erst mal noch einen kaffee trinken ist der kaffee wieder leer kann es nicht erfinden oder wer hat denn aufgetrunken mann 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 muss ja irgendwer sein der meinen kaffee leer trinkt das geht so nicht mann ich mir halt neun ne ich meine kann ja nicht sein das hier irgendwer ne mein kaffee leer trinken obwohl da war noch ein tropfen drin ich mach mir mal einen neuen kaffee leute so ich habe jetzt einen neuen kaffee gemacht den werde ich jetzt auch erstmal trinken das hat aufgehört zu schneien dann schneid es nicht mehr mal gucken ob es gleich wie er schneit so den kaffee werde ich jetzt auf jeden fall noch auftrinken und ich würde dann auch sagen das war es dann auch von dem kurzen vlog wenn es euch gefallen hat lasst mal einen Daumen nach oben dann lasst deine abo da aktiviert die glocke damit ihr nichts mehr verpasst und sag ich einfach haut rein das war wieder euer tobe tv und tschüss schluss 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 Vielen Dank.